Das tut doch weh! So, mehr geht nicht! Wolltest du das denn noch nicht fehlen? Lass doch aber nicht rein! Naja, wenn geht doch noch nicht los! Das muss nicht groß sein! So groß muss es sein! So groß muss er werden! So flach er so ins Auto gemeint! Zack, Auto voll! Das ist doch ein optimaler Wettbewerb, oder? Wer baut das am schnellsten zusammen? Das ist eine Frühwahr für eine Gaudi-Rallye! Ist doch gut jetzt! Ich geh mal vor, ich will mein Geld zurück, ich zähle die nicht! Ey, mach mal hin, meine Tosse ist recht voll! Da ist noch ein Trick dabei! So! Da haben wir es in der Auto gebaut! Ich lass es hier ein! Mach ein Zelt! Geh mal aus dem Weg, fertig! Kostengünstig Zelt abzugeben! Hättest du eine Ei-Tüte hin, um die geht immer zusammenzulegen! mit der linke Hand ist hier und dann ist nach rechts! Ja, da musst du nach rechts! Dann stehen jetzt dann in der rechten Hand, die beiden vorgegeben... Schließ mir doch mal die Seite, wo die du dann posten! Pettuk! Kleiner am Sonntag. Trink jetzt mal einen Schnaps, besoffen geht es einfacher. So, ein Euro wäre es zusammen. So, jetzt hast du alles beides in der Linie. Steff, du hast dein Kind zurückgebracht. So, das wäre schon ein. Oh, warte. Jetzt mal isst du. Jakob. Also in der Fall hätte ich jedes andere Zelt schon abgebaut und eine Fakt. Aber mit Sicherheit. Ihr Klugscheißer. Meine Kopf ist zeitvoll.